Jau Leute, eigentlich ist das jetzt nur was zu hören, aber das ist jetzt auch mal so, ich würde mich einfach nur bedanken, die es gibt, alle anderen sind, also auf dem Kanal aktiv sind, die paar komisch schreiben, und so weiter, die in meinen Leistings gucken, ich würde mich einfach nur bedanken. Ich habe zwar nur ein Abonnent, aber es sind vier Abonnenten, aber keiner gefällt es, also auf dem Video, wo ich gerade auf bin, ist es DuckDeption, diese Jumpscare, so von FilmMor, ja ich benutze FilmMor kostenlos leider, weil das wird zu teuer, wenn ich jetzt echtes FilmMor benutze. Ich würde mich einfach bedanken, einfach jeden Wochen oder jeden Tag, ein Mensch tut mir das, wenn ich es eben erzählen habe, ob es nur einfach rumlabern kann, es ist leider nicht leicht, es kann, sie sind am besten dauer, wenn sie mit euch labern kann. Nun, wenn ich noch mal wollt, liked und schreibe und schreit, was hier in den Kommis kommt, dass Ihr gucken wollt, was Ihr guckt, was ihr sie in den Kommis kommt. und so weiter Koko auf die Kommis ich achte auf die Kommis will kein Held es ist halt so wünsche euch viel Spaß und hab dich schönen Tag